Hallo hier ist Gundalacha Ich muss unbedingt mal alleine spielen Origins Weil äh Mit meinem teammate habe ich so Probleme Äh, da bin ich so schlecht Ich habe mein Selbstvertrauen im Spiel verloren Was das Ding hier betrifft, da Äh, Maxi Drohne brauche ich nicht Äh Äh, der Eistab auf Ultimativ setzen Wir hatten das Ähm Ich hatte das einmal Okay So Jetzt mal schauen Ob das geht Ich hoffe das funktioniert besser als es schmeckt Ja, Demsel Oh mein Gott Sonst gehts Äh Ich nehme es trotzdem Vielleicht passiert mir, dass ich es noch bauen kann So zufälligerweise sehe Finde Was auch immer So Okay Eistab, den habe ich mal auf Ultimativ gesetzt Zielbereich scheint mit einem unbekannten Schadstoff kontaminiert zu sein Feindliches Personal ist auf Urträger Mann, heb die Klappe Äh Oh, jetzt schneit es Ich brauche eins Eins, 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 Baby Eistab, Baby Woh, willst du schon rein Sonst gehts Ah, ich muss mal schauen gehen, was die so meinen hier oben Ah, die meinen viele Oh nein Das gefällt mir nie am Anfang Das gefällt mir nie am Anfang Ich habe Beweise einer Grossangelegten Ah, ich gehe raus Egal Es schneit immer noch Äh Hier ist es nicht Gibt mir was Anständiges Äh Wo ist das Eiswürfelchen hier Zuerst mal was holen Dann ist es hier Eis, Eis, Baby Gehe ich mal hier nach oben Der andere ist schon hier durch Der andere ist schon hier durch Haha Wow, 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 wow Uh, das war aber knappe Oh, nice Maximale Munition Okay Es schneit immer noch Ich muss auch unbedingt Was, die Eichseln hier Ja, sehr schön Ihr habt ein Stück Stab gefunden Damit lässt sich sicher etwas anfangen Du sagst's So So Juhu Die rennen gar noch nicht bei drei Jetzt regnet's Jetzt regnet's Ich habe mal einen Okay Einen 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 Tralala Tralila Ich will hier nicht anstellen Ich bin da viel zu unsicher Hä? Habe ich was gehört hier? Ja, ja Ah, hinter mir, hä? Was? Geht's noch? Kopf weg und er läuft Mann, das solltest du ja langsam wissen, oder? Er läuft, er läuft Er läuft So 4.000, nicht schlecht Warte, wie viel? Ah, ist der Lese Ich mache noch einen Jetzt habe ich genug Punkte Uh Nein, es regnet Hm, es regnet Ich will, dass es schneit Bitte, bitte, ihr müsst mir helfen Ich bin hier gefangen Ich will doch nur nach Hause Oh Dann hat's dann Hat hier jemand gerade ein kleines Mädchen? Sein Sein Hütchen gelupft Okay, dann lade ich halt nach Oh! Zombieblut Okay, dann ist klar, was ich mache Ich weiß vielleicht nicht, wenn ich es auch Musst du genauso riechen wie sie Da-bam-bam-bam So ist natürlich Easy-Live, oder? Muss nur aufpassen Umwandlungsprozess angeschossen Jetzt habe ich so viele Punkte, jetzt gehe ich Ah, so ist natürlich Easy-Live, oder? Easy-Live Irgendwie kommt es mir vor, als würde man schnell reden Rennen können Ja, ja, einiges schneller Einiges schneller rennen kann man da Verdammt Ich kann dich in den Schaden kaum bewegen Ja, ich weiss Okay Lauf hinter mir Sofortsieg Ich schneide euch in Stücke Oh!! E어 Wie viele kommen noch? Oh nice Mann, bin ich ein glücklicher Scheiss einfach so Scheiss einfach Ja gut, ich muss es jetzt noch schaffen Was ich machen will Ist Eisstab Eis, Eis, Baby Jetzt gehe ich weiter Drei Oder was soll ich Habe ich jetzt den schwarzen Teil Nein, das habe ich jetzt eben nicht Hier bekommen Ah, jetzt regnet Es bringt nichts Ja, das wäre eigentlich einfacher Hier Ja, ja Ja, ja Ja, ja So, okay Ah, das Viech kommt Scheisse, komm mit, komm Ja, es geht, es geht Nicht, dass er mir noch das Zeug vertrampt Ähm, drei Kann ich alles? Ich denke nicht, was hat es hier? Ups, zweimal nützt mir nicht viel Warte, ich muss mal kurz hier 80 sammeln 4, 60, 80, 100 120, ja, nicht schlecht Okay, hier Ja, hier ist es nicht So Passt auf euch auf Die sind überall Ja, ja Ich weiss Gut Jetzt noch 6 Kann ich das machen, 6? Äh, was habe ich hier? Ein Teil Sind es wahrscheinlich im Fussstampfen drin und irgendwo in der Höhle? Ähm Gut, ich müsste hier auch auftun Ja, okay Machen wir mal das hier Hier ist nichts Äh, ich kann es nicht aufmachen Moment, es ist zu viel Ja, ja, es ist zu viel Es ist zu viel Schade Wir haben ein Transportmittel, falls wir eins brauchen Panzer voraus Hier ist nichts Wie teuer ist das Zeug? Ja, ich habe es nicht Äh Ich habe mir noch halb gedacht, dass es zu viel ist Wie viel? 12, 5 Jetzt habe ich es Aber ich kann den Ding immer noch nicht anstellen Ja, es ist Ich kann ihn nicht anstellen Anstellen Ich habe zu wenig Okay, jetzt regnet es Das Grillhirn geht hier auch los Ähm Bei 7 kommt ja das Ding, ja Bekomme ich hier was? Sehr anständiges Ja, nicht schlecht Es gibt Schlechteres Es gibt Schlechteres Und der Flug ist auch schon dort Flugzeugen Ja, sie zu Hause Ja, ich nehme es nicht Oh Ja, ja, sie ist schon gut Und dann geht es Okay Okay Und schneit es wieder hier? Schnee will ich sehen Schnee Ja, ich kaufe und dann habe ich wieder Ah Mann, jetzt habe ich Schwein Das ist so mühsam Man kauft und dann hat man wieder Oder? Dann bekommt man den Blödsinn Du lass mich mal in Ruhe So Jetzt gehe ich mal dorthin Sie können einen nicht mehr so gut sehen Ah ja, hier ist es ja Ah Ja, ja Ich will nämlich die da banschen Eisstab Will ich machen Den Eisstab Und hier ähm Field of view Also wie man durchschaut Sieht schon extrem komisch aus Hier ist es das Ding, nein Ah, ich hoffe mir das schneit Nein, schneit noch nicht Okay Okay Wie viele kommen da überhaupt? Wow Ja, ja Das ist mir eigentlich scheissegal geworden Da, oder? Huuuuh Ah Boah 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 Boop Boop Okay Es schneit immer noch nicht Äh Nein Was soll ich jetzt machen? Hier ist der Eisstab Zum holen Aber ich muss zuerst was holen Genau Boah Was habe ich denn geschafft? Nein Es ist nicht wegen dem Volltreffer Aber Ah, wegen der Eroberung bekommt man Ich habe nie geachtet Ah ja Jetzt kommt der andere Ich muss was machen Ah Moment Ah Ah Hier ist das Teilchen Aha 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 1 1 Baby Jetzt muss ich das mal aufmachen hier unten Das wirkt etwas deplatziert in einem Kriegsgefühl So Ich gehe noch nicht unten blöd Was habe ich hier? Ah die Drohne Ein Teil einer verrückten Waffe Mann Als ich das gespielt hatte Gehts weiter, oder? Ja ja Ok, da gehe ich Da gehe ich Eis Diamant holen Und der ja schon nicht verreckt Ah, wohin gehe ich? Ah So Ähm Ja, ich habe genug Muni Moment schneit es wieder Ich brauche zweimal Schnee Ähm Ja, ich kann auch hier entlang, oder? Nicht wahr Schnee 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 Oh nein, ey Ja, hier muss ich sowieso mal aufmachen Was soll's Schnee 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 Wieso kommt da nie was Schneeges? Uhuhuhuhu Echt jetzt, hey Geh Nicht die richtige Platte Hey, sonst gehts Nein, hier ist ja Feuer Ich war im richtigen Ort Mann Mann Das tut weh Ich war im richtigen Ort Mausi Maus Okay Oh mein Gott Muss ich hier auch schon wieder die Mausi Ah Ich war im richtigen Ort Das glaube ich nicht Was soll's Was soll's Was ist der Trottel? Hey, wo ist der? Ja okay, ich werde nicht auf den Schnellfeuerwehr Ich bin Kann sein Ich Aber das bekomme ich erst später Hier kommt er endlich Jetzt kommt das Viech da Jetzt kommt das Viech da Und ich habe kein Schild Der Schlamm bremst mich Ja 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 Vorsicht, der Roboter nähert sich Ja 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 Ah Wo kommt er runter? Bitte Es gibt einen Weg das Tor zu öffnen Wieso kommt er nicht runter? Bei 7 kommt doch Du weisst nicht zufällig noch was er gemacht Komisch Wir tappen mir ein wenig im Dunkeln Wieso kommt er nicht? Nein, bringt ja offensichtlich nicht Ja noch was soll's Egal Doch immer bei 7 oder bei 8 oder wann Ich weiss nicht mehr Egal Ja Alleine ist schon ein anderes Spiel für mich Ich sage ja nicht Ich will nicht spielen mit Teammates Es geht nicht um das Sondern Es geht einfach darum Weil ich so viel Immer alleine gespielt hatte Hey Scheiss Was für Scheiss Haha der andere Wann kommt der Schnee? Geht das immer so lecker? Ja Mach den auch noch kurz fertig So jetzt kommt er runter, oder? Das Viech Das U-Tier Aber er schneit nie! Wieso schneit das nicht? Wann kommt der Schnee? Nein Gibt das immer so lange hier? Ah Jetzt kommt er Wo Wo Ich herkomme Sie reden doll nie gut Ah Ah Ja 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 Locker Ich bin ja dran Nimm's easy, Mann Ich bin ja dran Nimm's easy, Mann Wo haben wir's weg? Oh, ich habe mir die Höschen voll, hey Oh, hey, geh weg, hey Ein Fragment deines Sterbs Jeder Schritt, den ihr tut, bringt euch meiner Befreiung näher Ups Uh, nice Ich versuche mich zu erinnern Oh mein Gott Die Stäbe der alten Ding verloren Hilfe Mordio Wo ist der? Ah, hier Ihr könnt mich befreien Ihr könnt das Tor nach Agatha öffnen Wow, das war jetzt knapp Scheiss knapp, hey Geh durch, Kleiner Wuuuh, schnell Weg Kaputt Hoffentlich treffen wir von denen nicht mehr allzu viele So, jetzt muss ich aufpassen Uuuuh Uuuuh Lalalalalala Lass mit der Herrenfresserei Ah, warte mal, dort hinten sind noch So Drei Sehr schön Sehr schön Dutti frutti Oh, jetzt kommen wieder die Panzer Jee, Panzer Jee Ja, dich brauche ich nicht Ich brauche endlich das, das Zeug Schneid Wieso schneit das nicht? Komm mit rauf, hier Ihr seid hier Ähm Ja, dann gehe ich mal so lange runter Vielleicht schneit es dann bald mal Dann mache ich das da Auch Nao, auf Nein, jetzt habe ich falsch gemacht Es ist schon dort gewesen Jetzt Und dann hier drüüüüüühhinformation Hallo, mein Dank geht an Xiu, alright Er hat mir gezeigt, wo, wie, was, warum Okay, einmal mal hier runterfallen Hey, blau Und das andere mal nochmals hier, ups Und nochmals der gleiche Scheissweg Und das mal rüberspringen Oder nur runterfallen, warte mal Ich bin jetzt nicht so sicher Wie ist das hier gewesen? Ah ja, genau Oh, das Glück Okay, okidoki Wo sind sie jetzt? Wie viele sind die hier? Ich habe immer gedacht, hier drin sind Templer Warum kommt kein Templer? Ein Templer, Bubi Okay, eins Es schneit, es schneit Ist das Schnee? Was habe ich? Ah, die Drohne Warte mal Ah, da ist das irgendwo anders, hä? Aber komm mal mit, was für einen ist das der in der Mitte? Also kommt Jungs und Mädels Wieso schneit das nicht? Das schneit ziemlich selten, finde ich Hm Ich warte, bis es schneit Eindeutig Ich bekomme sicher, warte mal Ja, locker Das ist eines der Lieder Es muss einfach Komm Maximale Munition Ich hätte auch später nehmen sollen, eigentlich Aber ich wollte die hier haben Munitione Vater sagte Die Kammern während Durchgänge, die durch die Lieder der Alten geöffnet werden Das ist nichts Hier Nur mit Hilfe aller kann Agata erreicht werden Ja Wow, 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 wow Jippie Man, das geht ja ziemlich gut bis jetzt Ich sage, lieber nicht sei Das hasse ich, wenn das Viech da herum rennt Oh, hinter mir. Ja. Ich kann das nicht ausstehen, wenn das Zeug runterfällt. Ich hasse das. Maxi Drohne, Ahoi! Ja. Wieso schneit das nicht? Schnee! Schnee! Uh! Die Dunkelheit hat ein Ende. Uh! Sonst geht's! Uh! So, okay. Schnee! Ich habe nichts gehört. Wieso schneit das nicht hier? Was hast du denn fertig gemacht? Ja. Ja. Ich sehe gerade so aus. Ja, mir fehlen zwei Ausgrabungen. Und nur noch ein Feuerscheiss. Huh. Ah! Woh! Warte mal. Ah, jetzt gekillt sie. Tschüss Baby. Es sind ja noch drei. Nein. Wieso schneit das nie? Schaut euch das mal an. Ich kann Feuer machen. Aber Feuer ultimativ. Gehen im Blasen. Es ist immer noch ein. Schnee. Ich muss mal noch warten. Mit Schnee. Schnee. Nein, die brauche ich. Die brauche ich noch. 100 Hatsch. Dann komme ich noch ein Stein. Aber äh, Schild habe ich keines. Wo ist denn noch das Schild wo? Ähm. Ich denke Jager. Nein, es regnet. Jager. Höhle. Dort könnte es sein. Das konnte ich ständig. Nein, ich darf nicht wechseln. Sonst habe ich es verloren. Das habe ich geschnallt. Oh oh. Geht weg. Ahhhhhhhhhhh. Jetzt killt es mich nachher. Ich. Ich behinderte mich. Höhle. Gut zu wissen, dass du für mich da bist. Wow. Oh. Geh. Lauf. Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Oh mein Gott. Jetzt wäre ich fast fertig. Und ich mache so Scheiss. Ah, ich kann nicht. Oh mein Gott. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh renne. Oh renne. Oh renne. Oh Gott. Höhle mal einen trifft der oder äh. Macht er es Kalt mit mir. Ah. Okay. Jetzt gehe ich mal wieder die Quicki holen. Aaaaaach. Oh, es ging jetzt böse in die Häuschen, du! Mist! Ich hoffe, das funktioniert besser als es schmeckt! Das regnet nur! Oh, ich habe ja kein Joggeri-Jogger-Ai! Ja, jetzt kommt vielleicht... Ah, nein, nein, nicht Wichsel! Nicht Wichsel! Sonst habe ich es nicht mehr, jetzt kommt doch Schnee, oder? Schnee! Schnee! Hier unten ist was, ich will Schnee! Oh, ich habe ja die Maxi-Droh, nicht Rotali! Hätte ja die raufkicken können! Mann, das Glück! Das nenne ich Bezahlung für leistete Dienste! Jawoll! Ja, gut! Okay! Es sollte nur schneien, oder? Was soll ich da noch lange machen? Alle Stäbe! Was, ich möchte denn ein Stab und Ultimative! Ich weiss nicht, wie der Feuer geht! Ich will weiter machen! Ich will weiter machen! Wenn das halt nicht schneit, dann schneit halt das nicht! Ein K.O. Wo? Wie heisst die Hilda? Bumba Hilda! Ah, schneit! Schnee! Die Biester greifen die Generatoren ab! Wo wollt's? In Bereitschaft! Schneeit! Komm, schütze mich das 5! Ich brauche das 5, oder? Jetzt hat's nirgends eine... Bis zum Kotzen, ey! Maximale Munizierung! Die Penner wären zurückgeschlafen! So... Da kommen jede Menge Feinde, und zwar Schnee! So... Nein! Da hat es nicht gehabt! Jetzt muss ich mal hier rüber... Es schneit noch! Komm schnell! Schneeell! Der andere knallt alles ab! Dann... ... ... ... Jetzt hat's nichts, oder? Soll das? ... 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 Baby! Baby! Bala Bala! Juhu! Oh ja, ich bin ja im richtigen Ort. Lebst du? Ja. Okay, ich hab's, ich hab's. Warte mal, Ultimativ, das hab ich nicht. Nein! Nein! Juppie! So! Ähm... Hä? Na, ich hör nie! Ich muss in... Hm... Mann, bin ich blöd, ey. Aber sonst geht's doch. Ja, ich sollte Schutzweste haben, weil ich muss auf den Spick schauen. Für diese Dinger hier. Auf den Spick! Mann, bin ich beschränkt, ey. Okay. Okay, warte mal. Ah je. Oh, der Kiltz! Hoffentlich schaffe ich rein und wieder raus. Mach halt nochmals eine Runde. Ich hoffe, dass ich bei elf fertig bin. Ich hoffe, dass ich bei elf fertig bin. Dass es lange gebraucht, bis... Bis es geschneit hat. Etwa... Ich weiss auch nicht, mir kam es vor wie etwa vier Runden. Also drei... Drei fertige Runden. Äh... Eins. Eins, eins, Baby. Ja, ich muss die weggeben hier. Die nützt mir nichts. Weil sonst kann ich nicht... Ja... Ultimativ... ...schalten. Genau. Es ist ja auf blau. Ja... Muss man jetzt zuerst das Putz... Das weiss ich jetzt eben nicht so genau. Muss ich jetzt zuerst das Putzl machen, oder? Das Putzli-Boo. Ja, genau. Und dann die Steine kaputt schiessen. Warte mal. Jetzt schneit es ewig, oder? Jetzt muss ich dann auf den Spick schauen, bis es geht nicht mehr. Ich habe nur die... Äh... Was... Die Zeichen... Heissen, oder? Was die... Der und dieser Zeichen heisst. So... Ich glaube es nicht, dass ich das schaffe, ey. Ich sage jetzt lieber nichts. Zwei... Rauf! L! L! Wo ist L? Zwei rauf! L! Okay. Dann ein Punkt. Punkt voller Punkt. Moment. Voller Punkt ist so ein komisches Ding. Genau. Okay. Dann... Zwei volle... Äh... Wo bin ich? Warte mal. Zwei volle. So ein Strich und ein... Dingsbums. Warte mal. Der soll da schon etwas machen. Gut. Dann... Zwei volle und ein Lehrer. Wo ist das? Oh, zwei voller und ein Lehrer. Ah! Strich und... Ah! Strich... Warte mal. Wo ist das? Zwei voller und ein Lehrer. Äh... Strich und L. Strich und L. Moment. Strich und L. Und dann... Okay. Warte mal nochmals. Ähm... Moment. Ich muss schauen. Das ist ziemlich schwierig. Hey! Geh weg! Ah! Der geht wieder... Okay. Ah! Jetzt geht es gar nicht mehr. Ah! Es braucht eine Zeit. Okay. Was habe ich gesagt? Ähm... Da-da-da-da. Das komische Ding hier. Na gut. Jetzt ist natürlich der letzte, oder? Ist ja Logo, oder? Juhu! Okay. Das habe ich mal. Äh... Jetzt die drei Steine. Ups! Die drei Steine. Jetzt... Warte mal. Äh... Jugger... Jugger. Jugger, genau. Box. Äh... Und Gegenüber. Jugger, Box. Gegenüber. Äh... Warte mal. Der dritte... Äh... Panzer. Genau. Panzer. Hinten. Wo man ziemlich gut rapen kann mit dem Eisstab. Nicht wahr. Ja, man muss nur einmal. Und eben... Angebanschte Waffe. Ich habe es gemerkt, als ich mit meinem Teammate gespielt hatte. Dass das nicht geht mit einer gebanschte Waffe. Den Stein kaputt zu schiessen. Jetzt geht es eben. Jawohl. Äh... Moment mal schauen. Hier sieht es gut aus. Frisch und fröhlich für dich, Junge. Da muss ich aber... Äh... Noch mit... Äh... Warte mal. Ah ja. Da muss ich... Äh... Seele. Seele reinpfeffern. Im... Miracle-Plazer. Wie das so heisst. Dann sollte ich aber die Bandsche nehmen. Oder nicht wahr. Und schneller nachladen wäre auch kein Zeichen. Ja. Juuu. Ich weiss nicht wie. Aber ihr seid näher dran als Vater es je war. Ja. Ich komme ja. Schatzi-Bootzoli. Hey, geht es noch? Du musst Geld. Ja, ein bisschen Geld hat es gekriegt hier. Oder soll ich mit dem... Nein, ich... Ich ging kaputt dort drin. Jetzt schneit es immer. Ist das nur weil man den Einstab hat? Hey, was ist jetzt weg? Was ist das weg? Geht es noch? Bleib hier! Ich muss vielleicht eine Runde machen, oder? Zur Sicherheit. Meint ihr es besser für mich? Oder soll ich es riskieren? Dann schaffe ich es wieder nicht. Ohne Schild. Nichts. Ich bin nicht geübt. Und jetzt muss ich es holen, oder? Jetzt muss man es rein tun und holen. Auf dieser Seite. Aber der andere stirbt mir. Wie viel habe ich hier? Das ist ein Risiko. Ein übertriebenes Risiko. Der Roboter hat uns fast zerquetscht. Bis der kommt. Oh, heilige Scheisse. Hey, bist du auf die Schnauze gefallen? Hey, Junge. Ja, es kann schon sein, dass ich fehle jetzt. Bei 10. Ich will es jetzt nicht noch versauen. Ich will es einfach auf Ultimativ versuchen zu stellen. Den Einstab habe ich jetzt endlich. Den hatte ich schon mal Ultimativ. Und so, wie stark der ist. Hey, das ist unglaublich. Ja, ohne Schutzschild bin ich ziemlich am Arsch. Okay. Und das Zeug hier gefällt mir gar nichts. Ja, einer. Ja, das... Eben, jetzt ist es wieder weg, oder? Und dann macht es hier wieder zu. Das ist so zum Kötzeln. Dann weiss ich nicht, wohin rennen. Eben, jetzt genau, genau das. Da verändert mir die ganze Map, hey. Oh! Voll feil ich, hey! Mann, ich feile! Schätze, ich schulde dir was. Moment. Ich brauche etwas mehr Zeit hier. So, ich hoffe, der Scheiss hier macht mich nicht fertig. Es sind zu viele. Wo zur Hölle seid ihr, Leute? Oh! Komm mal mit hier. Ich hoffe, ich mache dir nicht hier zu, hey. Scheisse, wo bin ich jetzt? Oh! Hey, wo ist jetzt der Stein? Ah, dort. Sag doch das! Oh, oh! Oh, bin ich ja fertig? Oh! Hey, ich muss nur rein! Wo ist es? Oh! Scheisse! Wo ist das Zeug? Ich hasse es, Leute. Wo ist es? Ah! Ah, hier! Ah, Hände, ich hab's geschafft! Ah, ich bin ein Tier! Unglaublich! Yeah! Eisstabo! Das Dussel jetzt hier. Hugelativ, viele Dussel! Äh, es ist nur Dussel. Dusel! Nur Dusel! Nur Dusel! Oh, das geht gleich weg. Ich muss mal hier ein bisschen drücken. Jetzt muss ich hier mal schauen, wie das sieht. Oh, ich bin tot! Ah ja, stimmt. Ich bekomme eine solche Quatsch-Büchse. Komm, lad mal nach hier. Der ist unglaublich stark. Dann kann man so... Schau dir das an. Sieht so geil aus. Und zuletzt killst du mich noch, oder? Boom! Kaputt! Oh! Schocki-Boome! Hatte ich es geschafft! Sau Dusel du! Ha! Jetzt soll ein bisschen Spass haben mit dieser Waffe hier. Dieser Waffe. Nein, ich sollte aber... Stings-Booms haben, oder? Schutzschild! Ah, warte mal. Ich muss mal was machen. Ich muss mal Speedy Gonzales haben. Ohne Schutzschild. Gut, ich gehe mal dort, wo der... Boah! Wo das Ding-Booms ist. Schon wieder. Ich fühle mich kaum stärker. Wahrscheinlich, weil ich eh schon so stark und muskuläse bin. Wieso habe ich noch einen bekommen? Ja, no. Was soll's? Keinen blassen Schimmer. Jetzt würde ich schnell Feuer bekommen. Wow! Uuuuh! Ja, das ist schwierig. Also ohne Schutzschild würde ich das jetzt da unten nicht machen. Das ist schon Klu-Go. Ups! Aber das, was das ist, verstehe ich nicht so ganz. Moment. Das da da. Das komische Ding. Der hustet richtig. Wow! Sodeli! Wow! Die gehen ja richtig kaputt, ey! Oh, Bombe! Uhuhuhu! Ah nein, ich will auch ein bisschen Spass machen. Schau das an, ey! Unglaublich! Wie das zischt da hinten. Huuuh! Warte mal, nochmals. Schau mir das an! Badabumba! Bada-bumba-bumba-bumba-bumba-bumba! Hier ist schon am besten, weil hier ist... Hier kommen die Viecher hier nicht. Hier hat man schön Ruhe. Ich muss da ein bisschen ausprobieren. Ja, jetzt echt, hey! Da kommen noch mehr gepanzerte Erre! Oh, shit! Gar nicht gewusst, dass diese... Oh, ich sehe nicht mehr. Ist er schon kaputt? Er ist schon kaputt. Okay, ich gehe wieder rein. Macht sicher Spass hier unten. Ah, ich bin gleich tot. Das weiss ich schon. Aber trotzdem, einfach so Spass halber. Was hat er fallen gelassen? Zweimal! Ja, kann ich nicht so gebrauchen. Oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich stecke hier in der Klemme! Oh, oh! Gut, hier ist es ein bisschen problematisch, wenn sie hier unten anfangen zu spawnen. Wow, das ist unglaublich, hey! Scheint doch das an, hey! Ah! Nice! Ja, ich nehme es lieber. Dann habe ich es schon! So! Hey, das ist cool, Joel! Ja, ja! Und das hier kein Schwein, oder? Ah! Ich muss da schon ein bisschen horten, glaube ich. Oh, ich mache einen Fehler hier. Oh, schon wieder, hey! Geht's uns noch? Oh, oh! Dann wären wir alle wieder voll da! Das war wohl ein taktischer Fehler meinerseits! Das war wohl ein taktischer Fehler meinerseits! Hey, sonst geht's! Hier kommen ziemlich viele, hey! Ja gut, er macht alles kaputt, die anderen dort! Dann was machen sie, wenn sie alles weg haben? Ich lasse die mal! Ich lasse die mal! Das ist unglaublich, ey! Das ist jetzt wirklich richtig cool, ey! Das ist ja unglaublich! Ich verlange, dass ihr tut, was ich sage! Ja! Oh, Hilfe! Eine ganz sauber tickt! Sie flippt echt aus, wenn es nicht nach ihrer Nase geht! Ah! Oh! Da kommt auch einer! Oh, das ist gar nicht gut! Oh! Der andere macht ein Ding fertig, hey! Sonst geht's! Oh mein Gott! Wow! Alle zur Sau! Alle kaputt! Mal schauen, was die dann machen, wenn sie alles kaputt machen! Ich hoffe, ich schaffe es so lange! Oh nein, 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 nein! Uh! Ah! Ah, ihr ist besser hier entlang! Warte mal! Ja, aber das kann ich ja nicht! So muss ich wieder zurück! Okay, warte mal! Wow, schaut das an, ey! Unglaublich! Die rennen rein und killt's! Ja, mach dir nur! Mach dir nur! Ich will sehen, was dann passiert! Wohin, dass diese gehen! Diese Idioten! Wenn sie dann alles fertig zerstört haben! Wenn sie dann alles fertig zerstört haben! Geht dann der Neinstab nicht mehr, oder was? Oder was? Oh! Oh! Ich glaube nicht, dass ich überlebe! Oh! 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 Gut, wenn ich eine Bombe hätte, dann wären sie auch kaputt. Aber es nimmt mich Wunder. Guck, man kann sich da nicht retten, das ist ja schon Logo. Äh, was? Jetzt hab ich... Was? So eine Sache mit... Was? Ultrageiles Pfeilchen! Uuaah! Ja, macht nicht noch weiter. Ihr habt noch zwei zu machen. Ah, warte ich lasse sie mal zur Sau gehen. Weil da geht es nicht weiter. Hey Mann! Wo sind's? Sind diese Zaubertränke auch dein Webdeutscher? Ah, man muss langsam aufpassen. Langsam mal ein bisschen runter gehen. So. Nochmals einer. Ah, es wird langsam langweilig. Uh! So. Äh, die haben jetzt mit der Bombe, eben wie gesagt. Wenn ich die Bombe zünde. Hehe. Dann, äh, ist Feierabend. Ist Endefeuer mit den... Äh... Eroberungen, die die... Waren hier zerstören. Oh! Oh! Ah, nein! Man muss es... Man muss es effektiv... ...voll... Oh! Ah, kaputt! Auf das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Aber das ist jetzt egal. Ich habe es geschafft. Eisstab ultimativ. Ah! Das ist nur ein... ...böser Zauber da. Dass wir das nicht schaffen. Also wir haben es einmal geschafft. Aber so viele versuchen. So habe ich es mal geschafft. So, ich wünsche euch einen schönen und tschüss. So, ich wünsche euch einen schönen und tschüss.